Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Man hat ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, aber danach war es leicht. Oh, 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 oh. Am Anfang war es ein bisschen schwierig den Rollstuhl zu lenken aber später war es dann doch einfach... Die Geschwindigkeit ist gut. Ich würde es gerne noch mal spielen, im Rollstuhl, es macht Spaß. Ich glaube, das Projekt Rollstuhlbasketball macht Schule, das wir hier mit der UKH am Laufen haben, ist genau am richtigen Zeitpunkt gekommen. Nicht nur, dass wir die EM hier haben, sondern wir haben momentan das Thema Inklusion, nicht nur in Hessen, ganz weit oben. Und das Projekt bietet für die Lehrer die Möglichkeit, Inklusion in den Schulen einzuführen, eine Basis zu schaffen. Daher ist das Interesse an allen Schulen riesengroß. Der Projektablauf im Rahmen Rollstuhlbasketball macht Schule ist relativ ähnlich bei allen Schulen. Wir kommen, wir bringen die Stühle mit, sie fahren mit den Rollstühlen in die Halle, haben da erste Kontakte zum Sportgerät Rollstuhl. Wir zeigen den Schülern, wie so ein Rollstuhl gesteuert wird. Anfahren, bremsen, Kurven fahren, drehen, rückwärts fahren. Das kommen einfache Übungen mit Ball dazu, die sich dann nach und nach steigern. Das steigert sich im Laufe des Tages dann ein bisschen zu einem Spiel, wo die Schüler gegeneinander kämpfen dürfen und ausprobieren, wie viel sie wirklich gelernt haben. Ich glaube, die Erfahrung, so einen Rollstuhl mal nicht aus der Sicht der Behinderung zu sehen, sondern als Sportgerät, ist riesig groß. Das ist eine ganz andere Form der Bewegung. Schüler, die sonst nicht so viel Lust und Bock auf Schule und auf Sport haben, kommen hier in Bewegung. Das ist ein ganz neues Erlebnis. Und das deckt sich ja dann auch wieder mit den Projekten, die die Unfallkasse fördert und unterstützt. Die Schüler, die an dem Projekt teilnehmen, erhalten alle die Möglichkeit, hier an der Rollstuhl-Basketball-Europameisterschaft als Zuschauer teilzunehmen. Und das ist ja genau ein Teil der Projektidee, dass man merkt, zu welchen Leistungen, auch zu sportlichen Leistungen, Menschen mit Behinderung fähig sind. Also auch das ist natürlich ein Baustein zur Inklusion. Ich habe zu meiner aktiven Zeit bei den Skyliners schon ein Schulprogramm ganz stark unterstützt und habe gesehen, wie motivierend das wirkt bei Schülern, wie gut das ankommt, wenn man präsent ist, wenn man was macht. Es ist umso schöner, dass die UK Hessen jetzt auch das Thema Rollstuhl-Basketball an den Schulen platziert hat. Das ist etwas, glaube ich, wo man Leute, Personen, in dem Fall sind es Kinder, Jugendliche erreicht, zu einem Zeitpunkt, wo das Thema Inklusion gar nicht so präsent ist unter Umständen, aber halt unheimlich spielerisch und leicht aufgenommen wird auch und unheimlich prägen kann, an so einer Erfahrung zu machen. Einfach mal selber sich reinzusetzen, einfach mal zu schauen, was habe ich für Hindernisse zu bewältigen, wenn ich in einem Rollstuhl-Sitz und trotzdem mich über Sport letztendlich definieren und bewegen kann. Aus meiner Erfahrung, wie gesagt, auch noch wirklich praktischen Erfahrungen, das sind ganz tolle Erlebnisse, die man da vermitteln kann und deshalb ist es für mich ein Projekt, das man unterstützen muss. Die Unfallkasse Hessen hatte zwei Gründe, sich zu beteiligen. Das eine zunächst mal ihr Auftrag, die Unfallprävention in Schulen. Unfälle in Schulen haben viel mit Bewegungsmangel zu tun und natürlich ein Projekt, das Bewegungssicherheit fördert, senkt natürlich Unfallzahlen. Der zweite Grund war, dass wir uns verpflichtet haben, in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention das Thema Inklusion zu fördern und das ist natürlich ein inklusives Projekt. Das heißt, hier geht es wirklich darum, auch in den Schulen so eine Sensibilität zu schaffen für die Belange von Menschen mit Behinderung. Also ich unterstütze, dass die UK Hessen zum Thema Rollstuhlbasketball macht, Schule, einfach sich so engagiert, ist für mich ein ganz toller Beweis dafür, dass man dieses Thema einfach ernst nimmt und dass es verfolgungswert ist. Oh, 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 oh.